moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem teriyaki king dieser kleine schnucklige süße burger sieht nicht so appetitlich aus das muss man wirklich sagen diese braune teriyaki soße ist jetzt kein augenschmaß mit 129 gramm sind wir dort ungefähr 30 gramm unter dem was sein soll und das fällt schon bei so einem kleinen burger auf man muss aber natürlich auch vor allen dingen das ist ein beef burger damit berechnen dass dort ein schwund ist beim zubereiten des burgers also okay was sagt bk hunger teriyaki hol dir jetzt den neuen teriyaki king mit leckeren hamburger patty würziger sesam teriyaki soße zart schmelzendem käse und frischen eisbergsalat es sind wenig zutaten die da drauf sind die aber schmackhaft zusammenpassen wenn wir so ein ding ballern wirklich so klein schnuckelchen hat 356 kilokalorien das sind über oder fast 1500 kilojoule 30,7 gramm kohlenhydrate davon 6 gramm zucker fett 18 gramm davon gesättigte fettseure 6,2 gramm eiweiß 15,9 gramm und salz 2 gramm aber die koreografie stimmt der teriyaki king schmeckt wirklich gut auch wenn er nicht so gut aussehen wer sich aber über die farbe der soße hinweg setzt und reinweisen wird wird dann schnell merken dass es ein leckerer und schmackhafter burger ist der burger king teriyaki king bekommt von mir 9 von 10 punkten weil er ein kleiner schnuckliger leckerer burger ist ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zünn zünn